Das Leben ist voller Überraschungen. In einem Moment sieht alles super aus, doch am Horizont wartet schon das nächste Unglück. Darum behalten deine Freunde nach bei dir. Es gibt immer einen guten Grund für einen gemütlichen Abend. Wenn du das Werk vollbracht hast, dann bist du stolz darauf und freu dich. Lass dir nichts entgehen, was dir das Leben schenkt. Man weiss ja nie, was einem gefällt. Verbringe auch mal einen ruhigen Abend allein, ohne Stress, um zu entspannen. Denn früh genug hältst du es nicht mehr aus zu Hause und musst raus. Du fühlst dich wie die Königin der Welt. Alles ist möglich. Die ganze Welt legt dir zu Füssen. Doch sobald du etwas zu sehr willst, du dich festklammerst, dann zerbricht das Glück. Jeder ist auf der Suche noch kalt. Auf ein Bier kannst du dich immer verlassen. Ein Bier ist wie ein guten Freund immer für dich da. Es weisst dir den Weg wie ein Licht im Dunkeln. Wer auch immer du bist und wie du dich fühlst, in der Eldorado Bar gibt es 101 Bier auf der Karte und es wird für jeden Moment das Richtige dabei sein. Und ja, so begrüssen wir alle Gäste. Immer. Ja! 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 Ja!